Alten- und Pflegeheime, die sehen sich zurzeit besonderen Herausforderungen gegenüber. Das Coronavirus tobt natürlich besonders da und tatsächlich droht noch weiteres Unheil. Der Bundesgerichtshof hat da eine Entscheidung, eigentlich im Zusammenhang mit Demenz gefällt, die tatsächlich auch zu hohen Schmerzensgeldansprüchen von Angehörigen führen kann, die an Corona im Heim gestorben sind. Was genau dahinter steckt, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. Ja, zurzeit denkt man, alles dreht sich um Corona, aber tatsächlich beschäftigen sich die Gerichte auch mit anderen Entscheidungen, die aber möglicherweise gerade in der Corona-Krise weitreichende Folgen haben. Ja, ich will nicht weiter rumrakeln, sondern ich will euch ganz konkret berichten und zwar von einem Fall, den der Bundesgerichtshof gerade entschieden hat, da ging es um ein Schmerzensgeld von 50.000 Euro. Entschieden ist das Ganze noch nicht wirklich, da müssen noch ein paar Vorfeststellungen von den Gerichten niedriger Instanz getroffen werden, aber der Bundesgerichtshof hat da im Zusammenhang mit einem Demenzkranken entschieden, dass also ein Heim sehr, sehr hohe Pflichten hat und hat gesagt, Sicherungspflichten des Heimträgers gibt es eben auch bei unwahrscheinlichen Gefahren, wenn diese zu besonders schweren Folgen führen können. Ja, und da denke ich zurzeit an Corona, da sehe ich noch nicht mal, dass es so eine furchtbar unwahrscheinliche Gefahr ist, aber sehe natürlich dann insbesondere die Pflicht der Heimträger. Und da sehe ich eben schon nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass möglicherweise da tatsächlich zu Recht Schadensersatzansprüche von Angehörigen gestellt werden. Und da sollte man als Heim vorbereitet sein. Schadensersatzansprüche, beziehungsweise in dem Fall waren es Schmerzensgeldansprüche, die können sich tatsächlich dann ergeben, wenn man eben dem Heim einen Vorwurf machen kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier noch dabei den Beschluss von Frau Merkel und den Ministerpräsidenten vom 19.01. Und da sagt auch sie, die Einrichtungen sind in der Verantwortung, eine umfassende Umsetzung der Testanordnung sicherzustellen, also der Testanordnung für Personal und Besucher. Und da sagt auch sie, für Alten- und Pflegeheime sind besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. Das alles ist eine Einladung für Angehörige, muss man fast sagen, die ihre Lieben an Corona verloren haben, da möglicherweise Ansprüche geltend zu machen. Und da muss man ganz klar sagen, Pflegeheime müssen da Vorkehrungen treffen, müssen da ein super Konzept nachweisen für den Fall der Fälle. Denn ansonsten wird es vielleicht so laufen wie im Fall des Bundesgerichtshofs jetzt mit dem Demenzkranken, wo eben gesagt wurde, ja, wenn man eben einen Demenzkranken in einem höheren Stockwerk unterbringt, dann kann das eben im schlimmsten Fall dazu führen, dass der aus dem Fenster springt und verstirbt. Ja, und dafür müsste man eben sogar Vorkehrungen treffen. Das ist im Vergleich zu Ansteckung mit Corona ja wirklich nun wirklich unwahrscheinlich. Aber bei Corona, wenn man sozusagen das Ganze weiterdenkt, dann ist das nicht nur eine unwahrscheinliche Gefahr, sondern eigentlich eine fast wahrscheinliche Gefahr und dann eben eine besonders schwere Folge auch. Also da sehe ich den Schmerzensgeldanspruch der Angehörigen gar nicht so weit weg. Das heißt, liebe Pflegeheime, ich weiß, es ist für euch unschön. Ihr habt sowieso schon genug zu tun. Auf euch lastet sowieso schon viel Verantwortung. Und eine Impfpflicht, wisst ihr auch, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Muss man natürlich auch im Einzelfall prüfen. Aber das alles sollte man quasi schon in der Schublade haben, bevor da Ansprüche von Angehörigen kommen. Denn die kommen, das kann ich euch sagen, auch bei uns, muss man sagen, wir haben da einige Anfragen dazu vorliegen. Das scheint für viele ein Thema zu sein. Also wie immer Corona polarisiert auch. Also insofern kann ich nur als Tipp geben an die Heime, bereitet euch vor, macht das Ganze gewissenhaft und dokumentiert das Ganze auch für den Fall der Fälle. Aber natürlich hoffen wir, dass es bei euch gar nicht dazu kommt, dass alle gesund bleiben. Denn wir nähern uns sozusagen schon dem, was ich euch am Ende eines Videos immer wünsche. Bleibt gesund, denn das ist das Wichtigste in dieser Zeit.